Jetzt passen wir noch mal auf. Es geht um etwas Wichtiges, nämlich Scam-Links. So ihr wisst, wie das ist mit diesen Links. Die sind gefährlich. Da muss man aufpassen, die sind meistens bei Gewinnspielen versteckt oder sonst irgendwo. Boah, ist das fad. Können wir nicht nach Hause gehen? Warum haben wir nicht auch schnell was versteckt? Da muss man aufpassen. Wah, Alter, ich mag nicht mehr. Das, was doch er jetzt kennt. Gefährlich. Und da muss man sehr aufpassen. Also, auch wenn es euch nicht mehr interessiert, ja, egal. Schönes Wochenende. Bleibt es. Bis zum nächsten Mal. terugIEL Untertitelung des ZDF, 2020 Lass uns die Spiele beginnen! Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht schlecht, aber glaubst du ernsthaft, die Spiele sind vorbei? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020